Hallihallo, liebe Star Wars Freunde, hier bin ich wieder, ich bin's, der Stefan. Naja, wir waren hier irgendwie mal stehen geblieben. Die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, ist schon fast einen Monat her. Da habe ich einfach mal 20 Folgen am Stück aufgenommen. Meine ganze Festplatte der Bezug ist spammed. Ähm, naja, wir sind irgendwie hier stehen geblieben. Am Anfang der Kashyyyk-Mission. Was? Kann man das tot machen? Ich will es tot machen. Bam. Okay. Okay, Lizard, also gibt es wieder Echsen. Wo sind sie denn? Okay, hier kann man schon gleich ein paar Leute in Position bringen. Zwei Scharfschützen, das ist super. Macht euch nützlich, Jungs. Yay. Okay. Boah, das Spiel läuft ein bisschen zu flüssig, habe ich fast das Gefühl. Die Mausempfindlichkeit ist ein bisschen hoch. Boah, lecker, was ist das? Ein Krupulier oder so? Kann ich das essen? Hm. Oh. Okay. Aber wir haben wieder unsere tolle Schrotze hier. Die ist ein bisschen leer. So, voll. Oh, die Mausempfindlichkeit ist gewaltig hoch. Naja. Oh. Eine Festung. Saving Checkpoint. So. Sniping. Gut. Dann nehme ich auch mal hier meine... ...Menschaffschützen. Werde, das ist ein... ...Geschütz. Oh, der war schneller als ich. Ich fasse es nicht. Ich hoffe mal, dass der mich nicht trifft von da. Gut. So, in das Geschütz rein. In jemand. Ich sehe jetzt einen drin, oder? Ah, nee, das ist nur so ein Symbol. Okay. Gut. Aber die sind alle nicht verletzt. Das ist sehr schön. Na, das sieht alle super aus. Okay. Ich werde es mal hacken. Okay. Die kommen. Oha. Die sind hier. Aber wo? Ach, da hinten. Wow. Der geht aber ab, meine Herren. Nein, ich wollte nachladen. Gut, das Teil hier ist besser als unsere Schrotflinte. Mehr oder weniger. Obwohl ich die Schrotflinte auch cool finde, weil die ja auf Nahentfernung... Also auf Nahentfernung, natürlich macht die viel mehr Schaden. Gut, gehen wir mal rein hier. Ja, es gibt keinen anderen Weg. Was tun? Da. Notas. Fuck. Woher sind die da? Du Arsch, geh weg. Wo ist die Schrotflinte? Wo ist die Schrotflinte? Well, wer weiß, als ob es nicht hier ist. Excessing. Es führt zu einem Landingbäck. Bläht es ab und weg. Geh weg. Wenig lange brauchst du denn noch? Weg da. Weg da. Und rein. So. Hard Contact. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Ich habe mal wieder vergessen, einen Wecker zu stellen oder so. Ich habe mal wieder vergessen, einen Wecker zu stellen oder so. Sehr schön. Also hier rein. Da sind wir durchgekommen. Okay, ähm, der enttäuscht sich schon dafür. Ich war es nicht. Bäm. Was war das? Die ist wieder irgendwo ein Geschütz, oder? Keine Ahnung. Hier ist wieder Sonnen. Ja, okay. Mach das ab. Nein. Geh weg. Geh weg. Ich treffe hier nicht. Nicht annähernd. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. denn her? Geh weg! Ah! Gut. Das müssen wir jetzt in die Luft jagen, um uns hier den Weg freizusprengen. Danke, Jungs. Okay. Ich habe hier keine Möglichkeit, meine Jungs zu heilen. Das ist ein bisschen ungünstig teilweise. Fuck. Ah, ne, ich habe den nicht umgebracht. Das ist gut. Aber einen, der das kapiert. So, mitkommen. Der ist auch tot. Du darfst nicht sterben. Nicht gut. Was auch immer das ist, das ist überhaupt nicht gut. Rein hier. Schon wieder jemand tot. Hört auf zu sterben. Gut. Nein, nicht gut. Schon wieder jemand tot. Ne. Da habe ich fast die falschen erwischt. Okay, kommt mit, Leute. Nein, das wollte ich selber machen. Nein, komm, mach das. Das ist dumm. Verdammt, wenn das... Na, super. Okay, ich mache das Quacken ein bisschen verpeilt hier. Ich will wieder Bedingungsgradaten haben, oder sowas. Gut, der hilft dem. Okay, das klingt aber ganz gut eigentlich. Mitkommen. Was ist denn das für ein Teil? Was ist das für eine Waffe hier, mein Junge? Ah, das Teil. Stimmt. Das war cool. Und ich kann mich damit selber umbringen. Das ist nicht cool. Das ist keine guten Nahkampfwaffen. Ich bin so verpeilt. Ah! Ich dachte, man kann das Teil aufladen, oder so. Scheiß Viecher. Okay, wir müssen jetzt hier durch. Seid ihr auch noch bei mir, Jungs? Aua. Das brennt hier irgendwie. Wieso brennt denn das? Es soll aufhören zu brennen. So, endlich. Hopp. From the shadows. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich zoomen. Ich bin verteilt. Explosiert das eigentlich überhaupt mal. Ja, das braucht sehr lange. Ja, das ist nicht so. Take the mount from there, Jungs. Ja, Sir. Gut. Wenn der... Sehr schön. Eigentlich nicht sehr schön. Die sind schon bald wieder fast tot hier. Gut. Also, ich mach jetzt die Tür auf und der kann ja super die Granaten reinwerfen. Das freut mich. Tür auf. Und rein. Oh, das ist so ein Typ. Stirb. Stirb. Nein. Nein, wieso musst du jetzt nachladen? Ausgerechnet jetzt. Aua. Nein. Okay, komm noch. Immer wieder beleben. Du schaffst das. Ich muss hinter den Typen kommen. Der wird das nicht unbedingt lustig finden. Oh, ich bin zu nah. Ich bin zu nah an dem. Ich bin zu nah. Ah. Ist er tot? Er ist tot. Gut. Das hat lange gedauert. Ich bin... Ich bin so verpeilend. Wie kann das angehen? Bin ich jetzt so aus der Übung gekommen in der kurzen Zeit? Wo sind denn die anderen, du alle? Ah, dahinter. Okay, wie viel Munition ist da noch drin? Wahrscheinlich nicht mehr sonderlich viel. Zwölf. Das ist nicht viel. Ne. Okay, jetzt sind wir alle ungefähr auf gleichem Leben. Fast keine Munition mehr, aber was soll's. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier durch? Ah, das ist ja eine Tür. Das stimmt. Gut, das war's auch mit der Munition. Tot. Gut, nehm ich die Schrotze. Ah, drauf zu brennen. Ah, der ist verbrannt, der arbe Kerl. Ich stehe auf dem... Ich stehe auf dem drauf. Na, mir soll's recht sein. Okay, mir reicht's. Komm, aufbrechen. Komm. So, dann machen wir jetzt hier die... die Wall kaputt, hier die... die Wand kaputt. Und dann... fetzen wir sie von hinten. Hier war jemand. Gut, der Wookie macht die Schuhe ins Platt. So, hätten wir das, Leute. Das ist nicht Tafel. Nein. Aber es ist ein Wookie. Wookie ist cool. Okay. So. Au. Das war... ungünstig irgendwie. Da ist eine Granate gegengeflogen, glaube ich. Und dann ist dieses Fass explodiert und dann habe ich jetzt das Problem gehabt. So. Ja, jetzt haben wir eigentlich mal Bug-Tar-Stämpler da hinten rumliegen. Oh, das... ähm... das war der Falsche. Ich habe mich erschreckt. Ich dachte, das wäre ein... Tato-Shana. Nicht Tafel. Aber es ist ein Wookie. Und wir müssen ihn befreien. Der kann uns helfen. Wookies sind so stark. Okay, der Wookie hat das Teil aufgeschoben. Das ist super. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Nicht nerven. So, schön. Arte. Ach, alle ruhig. Du bist in der Nase. Und rein ins nächste Level. The Bodyguards. Ich habe kein vernünftiges Gewehr hier. Ich brauche mir das aus. Nein. Was ist zum Hengastin hier los? Ruhe. Wow. Was auch immer, das nervt. Schnauze. Was mache ich eigentlich? Ich verschwende die wertvolle Munition. Gut, der brennt. Das ist nicht gut. Der wirft die ganzen Granaten. Ich kann auch Granaten wirfen. Wieso lebt der noch? Was war das? Schade, man kann die nicht kaputt machen. Na gut. Wir springen das auf. Geht schneller. Weg da. So, die sind geblendet. Jetzt geht's ran. Wir sind alle ungefähr bei mittlerem Leben. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was der eine da gemacht hat, dass der immer noch so gut bei Leben ist. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Aua. Der liegt da so rum. Oh, Grievous. Okay, den habe ich getroffen. Den habe ich getroffen. Haben wir hier Bacta-Spender oder sowas? Ich glaube, da oben war einer. Ne, hier sind auch. So. Was ist das? Was habe ich noch? Das war Wagner-Wächter. Gegen den müssen wir gleich kämpfen. Das wird ein spannender Kampf. Und ich denke, die 15 Minuten sind auch schon wieder oben. Also bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann werdet ihr jetzt gleich in der nächsten Folge sehen, wie wir gegen die Wagner-Wächter kämpfen müssen. Ich meine, das waren zwei oder was. Doch nur einer. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh, speichern. Quick Save. Das muss ich dir ganz klar nochmal machen. Tschüss.